So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO und der Ramses ist zurück, frisch aus Nürnberg. Jetzt wollte ich schon wieder München sagen. Aus Nürnberg natürlich, wer es immer noch nicht mitbekommen hatte, wir sind am Sonntag nach Nürnberg gefahren, deswegen gab es auch keine Rates für Zuschauer. Wir waren am Montag in Nürnberg, deswegen gab es auch keinen Chill mit Ramses Livestream. Hat sogar die Sabrina gefragt, was ist denn los, ne, hab gar nichts zu gucken. Und heute ist Dienstag, trotzdem gab es heute früh ein Video, trotzdem gibt es jetzt so um drei rum ein Video. Und es wird heute Abend einen Begrüßungstream geben, 18 Uhr, da habe ich euch ja auch abstimmen lassen im Community-Tab auf YouTube. Was wir machen, ich weiß den aktuellen Stand gerade nicht, den gucke ich mir nachher an. Und das, wofür die meisten Leute abgestimmt haben, das werden wir heute Abend machen. Gleichzeitig werde ich auch die drei Plätze in meiner Freundschaftsliste heute Abend vergeben, 18 Uhr. Da ich gestern wieder drei Hyperfreunde löschen musste, die wieder über Nacht einfach die Geschenke aufgemacht haben, nicht zum C-Day warten, nicht zur Rage-Stunde warten oder nicht zum Go-Fest warten, wie in dem Fall. Aber dass bei mir immer dran steht und wer da immer öffnet, ohne auf die Punkte zu achten alles, den möchte ich ungern dann bis beste Freunde mitnehmen, dass das gleiche wieder passiert. Also habe ich drei Leute raus und ich achte dann mal drauf, ich gucke bei euch, wenn was wirklich dasteht mit Level-Up-C-Day oder sonst was, mache ich euch nicht in der Rage-Stunde auf, dann warte ich bis zum C-Day. Okay. Und ich habe jetzt gedacht, wir haben ja letzte Woche, also die Woche vor dieser Woche, die jetzt da gerade ist, weil diese Woche gab es ja keinen Chill mit Ramses am Montag, aber die Woche davor haben wir wieder Gewinnspiele aufgelöst. Wir haben am Dienstag ein neues Gewinnspiel gemacht, habe ich ja schon gesagt, dass das dann diese Woche nicht aufgelöst wird, weil diese Woche kein Chill mit Ramses ist, sondern die Woche danach, in der Woche nach dem Go-Fest, 17, 18, das müsste also dann der 19. sein, der 19. Juli, dass wir dann das auflösen, wer den Account gewonnen hat von Mr. Socko mit dem Go-Fest-Hype, wenn ihr euch erinnert, wer das Video gesehen hat, das wird aufgelöst, das wird aufgelöst, was heute früh für ein Video kam, da war nämlich auch ein Gewinnspiel drin und weil ich noch was habe, haue ich das auch noch direkt raus, nämlich noch ein Level 40er Account, diesmal, den hat aber der Jojo bereitgestellt, der sich jetzt auch 4bro Jojo genannt hat, das ist der Ramses Pladin 2, war ein Hilfsaccount, den er gemacht hatte, auch um beim großen Main bei mir Pladin zu bekommen, über diese Hilfsaccounts und Empfehlungs-Codes alles, ist auch Level 40, ist auch ein gelber Account, und könnt ihr euch jetzt mal hier angucken kurz, bzw. schauen wir mal kurz drauf, was der so hat, was der so kann, also Level 40 erreicht, 187.000 drüber, ich werde sehen, dass ich da genau wie bei dem anderen täglich versuche, den freien Pass wegzumachen beim aktuellen Fünfer, momentan ist das ja noch Dioxys, ab Donnerstag, nee, ab Freitag ist das dann Mewtwo, bis der Verlust wird am Montag, könnte man also am Freitag, Samstag, Sonntag, Montag viermal Mewtwo machen, im besten Fall sind dann also hier noch vier Mewtwo drauf, auf dem anderen noch vier Mewtwo drauf, vielleicht sogar Shiny Mewtwo, vielleicht ein gutes Mewtwo, vielleicht ein Hunder da, vielleicht sonst was, keine Ahnung, sehen wir natürlich dann, dann möchten wir mal kurz drauf gucken, was der überhaupt so hat, wir geben zuerst natürlich wieder vier Sternchen ein, das wären dann die hundertprozentigen, ihr seht, ist jetzt nicht so eine heftig große Auswahl, war wie gesagt ein Hilfsaccount, trotzdem Level 40, ihr könnt damit Stops einrichten, ihr könnt damit euch aus den Arenen hauen, wenn ihr nicht zufällig auch Team Gelb seid, ihr könnt ihn als Raid-Account zusätzlich nutzen, jedes Pokémon, was ihr fangt, könnt ihr dann gleich zack hochziehen, Bäm, mit zwei Millionen Staub natürlich, ihr habt da ein hunderter Nidoran erlöst, ein hunderter Snubbull, noch ein hunderter Snubbull, Minun 100 ist drauf, Haspiror, Charmian, Pionsgora, Yorclef, dann gucken wir uns die Legendären an, die der drauf hat, weil das viele interessiert, Legendäre habt ihr da, ein Krypto Lavados, ihr habt hier ein Regi-Stil noch drauf, gut natürlich für GBL, wer das spielt, Regi Gigas mit Wetterboost, haben wir eins, zwei, drei, das ist ohne Wetterboost, okay, haben wir auf jeden Fall ein paar drauf, wir haben Xeneras drauf, ist also noch nicht so lang her, wie ihr seht, wir haben Evil-Tal drauf, auch mit Wetterboost und ohne Wetterboost, das sind alle, da wird also denke ich mal jetzt noch Dioxys dazukommen, werde ich dann heute noch einen Raid machen, da wird Mewtwo noch dazukommen und was viele natürlich auch interessiert, sind die Shinies, die werden wir uns auch anschauen, welche Shinies da drauf sind, er hat hier einen Pikachu, Pikachu-Shiny, Pummel-Luft-Shiny, Knuddel-Luft-Shiny ist da drauf, Enton, Ponita, nochmal Ponita, Fleckmon, Slimer, Anok-Chan vom Kando-Tag eingeführt gewesen, Pandimos, Kabador, Dratini, Lampi, Merrill, man kann es schon nicht mehr sehen, Azumarill, Griffel, Snubbul, Schwalbini, Trassler, nochmal Trassler, ein Shiny-Bummels mit einem komischen Namen, Eneko, Stolunior, Minun, Minun, Kanivania, Krypto-Shiny, Spoin, Wablu, 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 ja gut und noch mehr Wablu, also ich glaube den C-Day, den Wablu-C-Day hat er effektiv mitgenommen, Altarier, Zwirlicht ist hier noch, Kindwurm ist noch drauf, Haspiror, Schamjahn, auch mehrere, Kaumalad, auch mit recht hohem Level, also auch ein paar Kaumaletze sind da drauf, ist das schon das letzte, genau, da war Kaumaletze das letzte, zack, das war gar nicht das letzte, hier ist noch Knachsel, hier ist Knackrak, hier ist nochmal Knackrak, zwei mit Siederattacken, Erdkräfte, Pico-Chilla, Skopel-Datiri, vielleicht ist ja was interessantes drauf, was euch in eurer Shiny-Sammlung fehlt, wo ihr dann wieder sagen würdet, okay, das ziehe ich mir rüber, das tausche ich mir, ne, ansonsten allgemein, was haben wir hier für Pokémon, wenn wir es nach WP sortieren, gut, das ist jetzt nach unten sortiert, aber ihr seht hier schon ein Sodamarkt, da sind also auch ein paar Kontinentale drauf, ich glaube nicht alle, aber ein paar sind drauf, haben wir letzte Woche eben diesen Account verlost, vom Soko, der alle kontinentalen Pokémon hat, hier sind ein paar drauf, nicht alle, ihr habt hier aber, wie ihr seht, dieses Shiny-Knackrak, Regigigas, Despota, Evil Talg, Xerneas, Machomai, Relaxo, Rizaros, Sengu, Io Testo, also auch ein kontinentales Notuska, Elfun, Grand Bull, wie pittes, hier ist Tauros am Start, Absol sind ein paar Io Testo, was jetzt zum Go-Fest auch shiny kommt, Krypto Relaxo, Flampion, auch gutes Level, also, das sind Teile, die kann man durchentwickeln und könnte gleich was mitmachen, Ich würde eh sagen, Leute, ihr müsst nicht unbedingt so Hardcore auf die IV achten, wenn ihr gute Pokémon haben wollt, mit denen ihr überhaupt ein bisschen raiden könnt oder sonst was, entwickelt immer das Exemplar mit dem höchsten Level, damit das nach der Entwicklung schon gleich heftige WP hat und durch das hohe Level eben schon auch gut Schaden macht, wenn ihr ein 100%iges habt auf WP 10 und ihr entwickelt das und habt dann die Endentwicklung auf WP 100 oder so, das ist halt nicht viel, selbst wenn ihr eins habt mit 0 IV, aber eben schon 1000 noch was WP entwickelt das und kommt bei 3000 noch was WP hoch, das ist trotzdem effektiver und es kostet keinen Sternenstaub, entwickeln kostet keinen Sternenstaub, schreibt es euch hinter die Ohren. Ein paar Siebner-Eier hat er auch ausgebrütet, wie wir sehen, Ditto ist auch hier drauf, Galaponita, Bummels, sonst was hin und her, sind wir auch gleich unten, glaube ich, beziehungsweise Garnovil, selbst der hat Garnovil, wie ewig habe ich gebraucht für Garnovil, es gibt es nicht, WhatsApp, Libiskus, gerade Trassler interessiert sicherlich auch viele, ihr habt jetzt also gleich auch alle Pokémon gesehen, auch Vermicula hier, Kryptomarkohita, hier wieder dieses komische Bummels, ja, dieses rosane Shiny Bummels, weil das der Buddy ist, ist das dritte Mal jetzt auffällig. Und jetzt sind wir unten angekommen, ich würde sagen, okay, mehr muss man von dem Account an sich gar nicht zeigen, der hat auch gar keine Freunde, da ist also Luft nach oben, den könnt ihr wieder gewinnen, ihr wisst ja, was ihr dafür tun müsst, erstens, schreibt einen Kommentar unter dieses Video, zweitens, werdet gezogen, drittens, seid anwesend und dann, hey, passt, also Auflösung, Auflösung, beziehungsweise die Auslosung ist wie immer Montag, bei Chill mit Ramses im Livestream, 21 Uhr, diesmal ist Isfro und Hannes da, ich glaube, ich werde nur eine Stunde dann streamen, 21 Uhr die Verlosungen machen und dann ist Feierabend am Montag. Das ist in der Woche, wo die da sind, da möchte ich nicht hier drei Stunden sitzen und alles, da muss ich mich mit dem Besuch beschäftigen. 21 Uhr am Montag, Auslosung, Chill mit Ramses, Livestream, merkt euch das. Und ihr müsst da sein im Chat, ihr müsst anwesend sein, um gegen Fake-Accounts und andere komische Leute vorzugehen. Und was wichtig ist in euren Kommentar, den ihr unter dieses Video schreibt, wie immer, schreibt euren Trainer-Code in den Kommentar, schreibt euren Trainer-Namen in den Kommentar, schreibt einen kleinen Info-Text in den Kommentar, warum ihr diesen Account gewinnen möchtet, was ihr mit dem Account vorhabt, wozu ihr den braucht oder was euch besonders gut an dem Account gefällt oder was nicht. Macht einfach irgendeinen kleinen Smalltalk, den man sich durchlesen kann, wenn man den Gewinner-Kommentar zieht. Und das Wichtigste als Viertes, schreibt den richtigen Hashtag in den Kommentar. Habe ich ja öfters mal im Video eingeblendet, wie der hieß sonst in Vergangenheit. Der wechselt immer von Video zu Video. Letzte Zeit habe ich das dann immer über die Buddy-Funktion gemacht, dass ich den Buddy benannt habe. Mit dem richtigen Hashtag habe ich auch in diesem Video. Ihr habt den Buddy jetzt mehrmals gesehen. Der Buddy ist ein Shiny-Rosanes-Pokemon. Ich sage jetzt nicht nochmal welches, eigentlich müsstet ihr es genau jetzt vor Augen sehen. Nehmt einfach als Hashtag den Namen von dem Buddy. Ist nicht so schwer. Wer jetzt denkt, ich check gar nichts, der checkt sowieso den Rest von dem Kommentar auch nicht. Also Name rein, Trainer-Code rein, Info-Text rein. Adi rein, genau. Like und natürlich ein... Ach Adi, jetzt darf ich meinen Finger zu essen. Name rein, Trainer-Code rein, Info-Text rein und den richtigen Hashtag. Hashtag, zack. So wie der Buddy heißt, den ihr jetzt mehrmals im Video gesehen habt. Mal gucken, wer aufgepasst hat. Mal gucken, wer ein Adlerauge besitzt. Das war es ansonsten von meiner Seite aus. Auflösung Montag, 21 Uhr. Und wir sehen uns sowieso heute Abend um 18 Uhr nochmal, ja. Im entsprechenden Stream. Je nachdem, für was ihr abgestimmt habt. Gucke ich mir dann mal an. Das war es von meiner Seite aus. Bis zum nächsten Mal. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Und Grüße an Jojo. Der echte, ne. Grüße an Jojo. Danke an Jojo für die Bereitstellung des Accounts. So, bis zum nächsten Mal.